Das ist ein bisschen offen. Okay. Dann lass es. Nein! 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 War das ein Weiberl oder? Nein! Ja! Das wäre jetzt interessant gewesen, wenn ich jetzt allein gewesen wäre mit ihr. Weil sie schon... Weil sie beide jetzt... Aber das ist jetzt keine Kenne, überhaupt nicht. Das ist komplett normal und natürlich. Aber beide jetzt eigentlich schon in Erwartung. Also das Bild im Kopf natürlich aus Erfahrung abgespielt. Ja, aber ich glaube, bei der kleinen Weißen hatte sie von Anfang an was. Also ich glaube schon, dass mit kleinen Weißen Mädels muss was sein. Ich habe es ab dem Moment, wo sie wirklich so in dieser Starre war, das hat sie vorher nicht gehabt. Das war kein Neugierig. Das war wirklich... Aber ich habe das...